So Leute, und wie ihr hört, hört ihr nichts, oder ihr hört mich jetzt, aber es passt nicht zu dem, was am Bild zu sehen ist. Ja, was soll ich sagen, der gute Rickman hat aufgenommen ohne Ton und ich versuche es jetzt trotzdem mal mit einem kleinen Voice-Over hier und wir haben Mosaic Fastback am Start mit 12 Karten pro Päckchen, A12 Karten, heißt 144 Karten, wir haben 10 Fastback Parallels, das heißt, es sollten auch zwei Base-Päckchen drin sein, wir suchen natürlich noch eine Rookie-Variation und einen Fastback Autograph, ansonsten numbered Karten von 85 runter bis zu den Black One-of-Ones, ein paar Inserts drin, die es auch ein Hobby gibt und ansonsten versuche ich das mal sozusagen wiederzugeben, wie ich das da vermutlich auch erzählt habe und dann gucken wir uns nochmal die Rückseite an, könnt ihr euch nochmal ein bisschen näher anschauen, ich trinke nochmal zwischendurch einen Schluck, das ist auch geil, es fühlt sich jetzt an, wie quasi einer, das machen doch bei Twitch die Leute immer quasi, Unpacking-Videos nochmal zusätzlich kommentieren, Leute, oh boy, oh boy, oh boy, ein bisschen ASMR-Wasser trinken hier, da sind unsere schönen Packs und guck mal, was in Pack Nummer 1 drin ist, Preis liegt ungefähr bei um die 400 Euro, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, in den USA weniger auf jeden Fall, dollarmäßig ist wieder ein bisschen schwierig gewesen, habe ich schon erzählt in dem Video, was ihr nicht hört, was den Großhandel angeht und in der Regel sollten die Fastback-Boxen wesentlich günstiger sein als die Hobby-Boxen, auf der anderen Seite gibt es natürlich mehr numbered Parallels in diesen Fastback-Boxen, Hobby kann es sein, dass nur eine drin ist oder zwei numbered Karten und in Fastbreak sollten es eher drei, vier Karten sein und die höchste Nummerierung ist auch 85, dann die Blues, also von daher könnte trotzdem Fastbreak der Way to go sein, schaut da halt auch gerne auf Rickman Breaks Day vorbei, da sollten auch Group Breaks verfügbar sein für nächsten Montag und da haben wir direkt einen Rookie und das ist Jalen Green und bevor ich es dann selbst gemerkt habe, ist es die Variation, hinten gekennzeichnet mit einem V, also die Rookie-Variation ist Jalen Green, was auf jeden Fall sehr, sehr nice ist, eine der besten Variations, die man auf jeden Fall ziehen kann und die nehme ich dann dementsprechend auch sehr, sehr gerne mit. Das Ganze muss natürlich noch vom Rickman eingetütet werden, so wie sich das gehört und da ist das gute Stück. Und da wird natürlich auch sehr gute Kawhi noch gesleeved, müsste ein All-NBA-Kawhi sein. Austin Reeves, Base-Rookie um nach Moukula-Schwilli. Ich frage mich, über was er gerade wieder sinnierter Rickman. In der dritten Person ist es doch am besten. Der Andy Aiton ist in the house, Bradley Beal und Darren Finney-Smith. Gucken, was in dem Päckchen so zum Vorschein kommt, ob wir die erste Numbered Card bekommen. Und Lulu. Static Bay mit den Rising Stars, auch eines der Inserts, was es schon bereits in Hobby gab. Ayo, Kian Johnson und ich glaube, das war das allererste Base-Päckchen, was es hier gab. In dem Opening. Ansonsten bin ich auf jeden Fall natürlich ein Fan von Mosaik, das wisst ihr aber auch. Und ich denke, hier kommt die erste Numbered Card zum Vorschein. Joe Harris und Dennis Schröder für die Rockets hier noch. Killing Hayes. Ich glaube, der kommt später auch nochmal zum Vorschein. Der Ant-Man. Und wir haben unser erstes Fast-Pack-Parallel. Ich habe irgend so was wie Bronze genuschelt. Aber unten ist natürlich die Team-Farbe, das heißt, beziehungsweise die Farbe der Karte. Und das ist ein Blue-Parallel. Und es ist der Joker mit dem All-NBA. Die sind alle so orange im Hintergrund. Und deswegen sieht das Ganze so aus. Blue sind auch 85. Die 15 von 85. Nikola Jokic. Gute Karte. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube, dann habe ich sowas gesagt, wie ihr das mir gerne schreiben könnt, wenn ihr an Karten aus meinen Videos interessiert seid. Also gerne schreiben, dass die Jokic-Lovers auf jeden Fall parat stehen werden. Immer gerne, Leute. Ich hätte einfach das merken können, als ich angefangen habe mit der Aufnahme. War irgendwie die Lautstärke am Mikro verstellt. Und dann hat es sich wahrscheinlich irgendwie zurückgesetzt. Und war nicht richtig connected mit dem OBS und mit dem Aufnahmeprogramm. Und ja, gut. Man lernt nie aus, Leute. Man lernt nie aus. Einfach nochmal vorher auf den Regler schauen, ob er ausschlägt, wenn man redet. Aber gut. Da macht man nix. Blake Griffin. Bobby P. Und Mike Conley. It's Dame Time. Tobias Harris. Er redet und redet, der Rickman. Was hat er wieder für einen Quatsch erzählt? Man weiß es nicht. Ihr könnt euch am Montag wahrscheinlich dann im Livestream auch nochmal alles anhören, was er da zu erzählen hat. MPJ. Moments in Time. Immer noch irgendwie zu dunkel. Aaron Gordon ist es hier. Schön am danken. Herbert Jones. KD und nochmal Herbert Jones, glaube ich. Dejounte Murray. Tatum. Der ist Garland. Und dann sollte so langsam mal irgendwas anderes kommen. Und da sollte ein nächstes Numbered Parallel sein. Und ich dachte auch wieder, es wäre jetzt irgendwie Purple oder so. Aber es ist ein weiteres Blue, sollte es sein. Und das ist auch für die Cavaliers. Und das ist Isaac Okoro. Also auch hier auf 85. Fast Break Blue. Die 68 müsste es gewesen sein. Witzig wird es auf jeden Fall, wenn es Autograph kommt, weil ich den Spieler nicht erkannt habe, an der Stirn oder am Gesicht. Jadon Springer, Mobley Base Rookie und Giddy Base Rookie. Also allgemein auch in der ganzen Box. Einiges an guten Base Rookies. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja, es gibt natürlich auch die mehreren Sets. NBA-Debüt, die True Base, sage ich es mal. Und National Prides gibt es ja auch von einigen Rookies. Also da sollte auf jeden Fall gut was bei rumkommen. Und Paul Hachimura. Ich hoffe, mein Kommentar ist einigermaßen synchron zu dem Video wenigstens. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen schwierig ist, das zusammenzuschneiden. Wir haben James Booknight mit dem Fast Break Parallel. Also auch sehr schön, einen weiteren Rookie auf einem Fast Break Parallel zu haben. Ich habe irgendwas zu James Booknight erzählt, dass er, glaube ich, wieder regelmäßiger und mehr spielt. Zach Levine, BBJ und Isaiah Jackson. Da ist er, der Gute. Genau, ich habe noch irgendwie erzählt, glaube ich, dass hier Fast Break Parallel sieht aus. Oder ab und zu mal als Disco bezeichnet, als Disco Parallel. Bubbles, Circles, Mini-Donuts. Södig Bay, Will Barton und Marcus Aldridge. Steven Adams. Maxi und Mamuckel mit dem Fast Break Parallel. Also ein weiterer Rookie mit dem Fast Break. Sehr schön. Nimmt der Rickman mit, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist ein bisschen längeres Video. Ich glaube, halbwegs sind wir durch. Ihr müsst also noch ein bisschen mein Voice-Over hier ertragen. Können sich natürlich auch einfach ohne Ton angucken, so wie es dann letztendlich auch war. Ich hatte überlegt, es erst mit Musik zu unterspielen, aber es ist auch irgendwie Quatsch. Wir machen es einfach mal so, Mamuckelasch, Willi. Und ich denke, dann kommt das Autograph und dann sehe ich und sehe ich und I don't know who this guy is. Und es ist natürlich Triple J. Frischgebackener All-Star. Auch wenn ich da ein bisschen moniere, dass andere Leute, denke ich, vorher an der Reihe hätten sein können. Aber gut, so ist es. Triple J. Natürlich trotzdem nicht unverdient. Triple J. Und die Fastbreak Autographs gibt es nur in dieser Base-Variante oder in Gold auf 10 oder die Black One of Wands. Also da gibt es dann auch nicht so viele Möglichkeiten. Die Setlist ist natürlich wieder rough ein bisschen, obwohl Triple J ja natürlich auf jeden Fall einer der besseren Signees ist, was die Veteran-Checkliste angeht. Fünf Packs noch, denke ich mal, habe ich gesagt. Oder vier. Pogoszewski, Triple J. Sollten auf jeden Fall noch zwei Number Cards kommen, denke ich. Oder eine zumindest noch. Ich glaube, es sind vier am Ende. CJ McCollum, Pascal Siakam und Herbert Jones. Also der nächste Rookie mit dem Disco Parallel. Absolut not too shabby. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und dann haben wir Killian Hayes mit dem Purple auf 50. Habe gar nicht irgendeinen dummen Kommentar abgelassen. Aber alles gut. Killian Hayes auf 50 mit dem Purple. Vielleicht kann er eher Lippen lesen. Und ich glaube, die einmal wird gerade nervös. Mal gucken, ob da jemand nach Hause kommt oder auch nicht. Killian Hayes auf 50. Und Herbert Jones mit dem Fastback Parallel. So sieht es aus. Hier war nämlich heute auch Karnevalsumzug. Aber nicht direkt bei uns an der Straße vorbei. Aber hier im Ort war auf jeden Fall Tohu Wabohu. Yannis. Das ist Gotti Bans Base Rookie. Weiter geht's. Ich überlege mir, was ich sonst immer sage. Ich sage auf jeden Fall gerne, weiter geht's. Oder nächstes Pack oder so. Zion. Hey Godala. Kobe White. Draymond. Und Fastback Parallel ist Scotty Barnes. Also auch hier ein weiterer Rookie. Die True Rookie Scotty Barnes. Absolut kein Grund, sich zu beschweren, sagt er leider Rikman. Da kann man nicht meckern. Schöne Box. Overall. Und ja. Irgendwelche schlauen Sachen, hat er gesagt. So wie nach dem Motto. Ist ja Personal Boxen. Sind eh ein Kopfschuss. Also immer Einzelkarten bei Ebay. Und wenn man geteiltes Slide haben möchte, dann gerne Group Breaks. Und ähm. In der Regel geht man einfach mit Minus aus dieser Sache. Mit den Personal Boxen. Und da ist Jason Tatum. Moses Moody. Fast gefummelt hier das Ganze. Christoati. Steph Curry. Und hier mal die Rosen. Maxi Kleber. DeWante Graham. Subac. Wusevic. D'Angelo Russell. Auch wieder bei den Lakers mittlerweile. Kyrie. Mit der Montage. Und der Joker nochmal mit dem All-NBA. Das ist auch ein weiteres Base-Päckchen hier. Franz ist in der Haus. Und Cam Thomas. Draußen wird auf jeden Fall Chalala gesungen. Zwei Päckchen noch. Ich denke, wir kriegen noch eine weitere Numbered Card. Chris Paul. Chris Paul. Rondo. Was erzählt der denn der Rickman die ganze Zeit? Wir haben einen Silver auf jeden Fall. Einen Silver haben wir in der ganzen Box drin gehabt. Das ist Dame Time All-NBA. Und dann haben wir irgendwas dahinter, was wir nochmal verstecken. Wir werden sehen, was es ist. Giddy nochmal mit einer Base. Und Scotty Barnes auch. Also nochmal ein paar schöne Base-Fuckies drin gewesen. Nehmen wir gerne mit. Und dann haben wir nichts Besonderes, weil einfach Clay Thompson und ich weiß nicht, was er da rauskitzeln wollte. Hat er selbst gemerkt. War Quatsch. Und dann haben wir das letzte Päckchen. Und dann gucken wir mal, was da noch drin ist. Ich glaube, nichts mehr Wildes. Wir werden sehen, was passiert. Bermadebayo. Ich weiß nicht, ob wir hatten die beiden Blues und die Purple, oder? Ich glaube nicht, dass noch eine Numbered Card kommt. Donovan Mitchell kommt noch mit einem Fast-Back-Parallel. Und das war es dann. Base-Rookies noch von Jadon Green. Das ist natürlich nicht die Variation. Mobley, also not too bad das Ganze. Overall eine solide Box, würde ich behaupten. Klar, weiter entfernt von einer Money-Back-Box. Aber wie gesagt, ich habe es ja gesagt. Das muss man vorher wissen, wenn man das aufmacht, so ein Produkt. Und generell irgendwas aufmacht an den Boxen. Super schwer. Und dann gibt es einen kleinen Recap mit den Sachen, die jetzt nicht getop-loaded sind. Also wie gesagt, eine Menge Base-Rookies. Ein paar Fast-Back-Parallels von Veterans. Geht die Franz, ich habe Thomas, der Schneid Pride. Genauso wie hier auch nochmal der Schneid Pride Mobley. Und Kawhi Leonard, All-NBA. Also viele von diesen All-NBA-Karten auch drin. Dann kommen wir zu den Rookie-Parallels. Zu Herbert Jones, NBA-Debüt über Mooklasch, Willi und James Booknight. Numbered Stuff, Killinghase auf 50, auf 85, Isaac Okoro, genau wie den Joker. Fast-Back-Autograph, Triple J. Und ich denke, die beiden besten Karten in dem Video waren die Scotty Barnes, die Base-Fast-Back- und die Rookie-Reviation von Jalen Green. Sehr schönes Ding. Und dann war es das auch für dieses Video, Leute. Ihr wisst ja, gerne Likes da lassen, gerne Abos da lassen, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Gerne auf RickmanBreaks.de vorbeischauen für Group Breaks, Grading Service und mir auch gerne natürlich auf Instagram folgen. Ihr könnt auch gerne meiner Franz Wagner Personal Collection folgen unter OnlyFranceCollector. Und das war es dann auch. Bis dahin, euer RickmanRips. Und da wie besonders die Glocke aktiviert. Bis dahin, euer Rickman.